hallo herzlich willkommen zum täglichen booster auf meinem kanal schön dass ihr wieder da seid und wir legen heute los mit helden des mitgefühls manifestation des heiligen geistes zauberstein der gezeiten hermer frost feuersturm dann haben wir ein zauberstein des wissens und einen feuer zauberstein eine willen münze eine marvel rare und zwar atom bahamut sehr nice und die holo heute eine normale der öl tümpel dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und ihr kennt das wenn ihr wollt sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann schau so 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 so